der Mdl 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 Kronen Schreie und hier ja das Fleisch hat man schon weg damit das hier so kapiert genau Edelwerke und Schere sehr sinnvoll Ah wir haben da noch Weizen können wir unser kleiner Brotgrab ne für Brot brauchen wir noch vier Dinger Drei Perfekt Haben wir noch eins übrig Zack Zack Ein Brot Dann können wir das erstmal machen Und Hunger haben wir auch So Würde ich mal sagen Jump in the Run Haben wir eine Schaufel dabei Ja Perfekt ff Jim Jim Form h Thanks. Thank you very much. Und dann noch weiter den Lieblingshaubi. Der war bestimmt noch von letzter nach da. Wie bitte? Ach du machst die zu, ja. Ja? Ach stimmt was. Hier den kleiner weg. Boing, boing, boing. Ach komm der hier, den haben wir jetzt abgeschlagen, dann können wir den hier machen. Erstmal die ganzen hier, damit wir ein bisschen freie Fläche haben. Die kann man ja dann wieder aufforsten. Wenn uns danach ist. Hier das scheint ein kleiner Baum zu tun. Genau. Uh, das ist schon größer. Würde ich mal so Meilen. Aber ich hab nur so vermutungen, ne? Und so, ne? Ach, haben wir ein, ne? Ja. Diese Monsterbäume hier. Ach, hier ist noch einer. Und hier ist noch ein Zeppling. Gammeltier noch rum. Naja. Greenpeace. Schützt Bäume. Esst mehr Biber. Bam. Full weggekloppt, Alter. Hier haben wir noch eins vergessen. Oh, die Berge, die sind so geil. Die sind so, die sind so groß und so. Aber du kommst eben so schlecht hoch da, die so steil nach oben gehen. Ja. Musst du dir wirklich mal, ne Leiterungs? Ja, das können wir doch machen. Das wär doch mal was Feines. Ja, so werden wir unsere Aufregung machen. Wir haben uns mitten im Berg ein Tunnel drüber. Wo wir dann einfach irgendwie, wenn Leiter hochgehen, wo wir dann oben rauskommen. Ja. Oder ist das eine Idee, Philipp? Ach, Mann, ey ey. Traktor anders zu wollen. Ja, Mann, ey. Ja, Mann, ey. So. Das war eine Weitere. So schön. Dass du dich so effektiv beteiligst. Ach, perfekt. Flup. Ja. Ich würde sagen, erst mal hier und... Ach, das sind diese großen Wolle im Scheißen. Da brauchen wir ja auch so ein Zeug hier. Weil wegen Wänden und so, ne? Da kommen wir nicht hin. Das ist schon mal richtig mistig. Oh, jetzt hab ich uns hier runterspringen gesehen. Mischterieisch und gefährlich. Da ist noch ein Busch. Nein! Oh, Gott sei Dank. Hm. Ja. Da und da und. Hm. Ja. Da und da und. Oh. Hm. ankommen? Du musst ja sehen. Ach, ja. А dass der sich auf선 bleibt? No. Tamt, tamt, tamt! Wir fallen ins Kleipfen zu sein. Ich denke mal, das war's. Nein, da ist noch was. Kreisenträg. Jetzt. Immer noch nicht. Das hier. Jetzt. Ja, das war's. Jetzt löst es sich auf. Jetzt rieselt so allmählich das Holz hier runter. Jetzt. Na, der. Apropos Apfel, da schon wieder hoch. Uh, 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 uh. Du, 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 du. Du, 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 du. Einmal, wie du das. Ja, das war doch ein bisschen Dichter. Wenn ich das jetzt gut finden soll, das ist, ist nehmlich wichtig, aber das war schon mal. So, zwei. so haben wir denn nein natürlich nicht ein bisschen er wird gut der Verkundung fischen dann holen wir uns erst mal schnell nacheignet alles kommt Klupp Klupp Führung Klöpfe ja hier noch so ein Monsterraum kleiner auf den Kursen zu bekommen und dann kann da dann kann da dann kann da die Verleihung da unten ist noch ein hier noch seitdem ach ja da kann man ganz im Wald anbauen aber heute würde ich gerne bauen ich weiß nicht wieso aber wir können uns dann mal eine Axt nehmen Schaufel nehmen und dann ziehen wir einen Baumhof also erstmal so eine gerale Fläche machen und dann kann man uns bauen ist nur so nötig über wenn ich dann müsste ich in der Auge wenn ich schon ein bisschen schniegelt und ja hier geht es wieder nach oben und hier war glaube ich ging es nur nein was nicht aber hier ist die Nutzung wo ist denn ach hier ist viel scheißen Dreck hier ist sie kohle haben wir gleich mal wieder erde und kohle so hier noch mal die Spitzacke die Spitzacke alt der will äh äh arizentisch und so ne Entschuldigung ja dieser Baum regt mich grad sehr auf den werden wir jetzt erst mal abhauen so verklugt verklugt ja kleiner mal Stichel hoch gehen wunderschönen 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 ach nee jetzt habe ich eine neue Axt an scheiße ich wollte die erstmal alle machen ich mag das einfach draufziehen das probiere ich mal also wenn ich es hier so da so ja perfekt ich muss ja weissel quartz zweit schopfen